Und zwar Leute, gab es in meinem vorletzten Video wieder etwas, wo ihr einen Buchstaben finden musstet oder eine Zahl, dass ihr gegrüßt werdet und zwar war der Buchstabe B, aber einer hat sich gedacht oder zwei, sie schreiben Erster rein mit einer Eins und dann haben ganz viele von euch natürlich eine Eins dazu geschrieben. Man sieht das auf jeden Fall und auch wenn der Buchstabe B ist, ich grüße euch nicht, ihr habt einfach nur, weil einer Erster geschrieben hat, den Buchstaben Eins dazu geschrieben und zwar wird Gust Levin gegrüßt, der hat Buchstaben B geschrieben, also hat sich es auf jeden Fall vielleicht angeschaut und nicht einfach nur, weil ein paar Eins reingeschrieben haben, weil sie Erster waren, einfach die Eins hingeschrieben. Paul Reiners, grüßen raus an dich. Also Freunde, ihr seht schon, sehr viele haben einfach nur die Eins geschrieben auf jeden Fall, nur weil einer am Anfang, Freunde, oder zwei, ein paar Erster mit einem Einser geschrieben haben. Deswegen haben die gleich nachkopiert, was macht ihr? Oh mein Gott, das ist, also mir wäre es persönlich peinlich, einfach so nachzukopieren und natürlich, wenn das zehn Leute haben, die anderen schauen natürlich auch nach und schreiben das auch. Das ist einfach komplett lost und heftig, Freunde. Also zu viele. Also Levi Walter, grüßen raus an dich. Eimer Fisch, grüßen raus an dich. Remufi, grüßen raus an dich und deine Katze hat mehr Ehre wie du. So, und da seht ihr es einfach dort, die Eins. Levi Walter, grüßen raus an dich. Auf jeden Fall, wie gesagt, Freunde, wenn ihr gegrüßt werden wollt, einfach den Buchstaben oder die Zahl finden und nicht nur, weil einer oder zwei Erster geschrieben haben, die Zahl Eins hineinschreiben. Also macht den Fehler auf jeden Fall nicht. Und wie gesagt, Leute, ich werde jetzt einen weiteren, ja, Club erstellen. Und zwar, Freunde, bin ich auf meinem zweiten Account. Und zwar werde ich dort einen Club erstellen. Und zwar, Leute, wie gesagt, wenn ihr einen Buchstaben oder Zahl findet, werdet ihr meistens gegrüßt. Also werde ich immer 20 grüßen von euch. Aber in diesem Video ist es auf jeden Fall anders. Und zwar werden die, die jetzt in meinem Club joinen. Und zwar werde ich mir bestimmte Zahlen überlegen. Freunde, und zwar Platz 1 bis 10, 20, 30. Ich werde das jetzt schreiben, Freunde. Und die, die auf dem Platz sind, wo ich das Video mache, werden im nächsten Video mit dem Drollsters Namen gegrüßt von mir, Freunde. Und wie gesagt, ihr habt bei dem letzten Video von mir, wo mein Account gesperrt war, einfach 450 Likes vorgemacht, Freunde. Kuss getraut. Ich habe gesagt, bei 300 Likes kommt das nächste Video morgen. Habe ich nicht geschafft, wie man unschwer erkennen kann. Weil ich habe gedacht, Supercell, ja, Leute, ihr kennt es auf jeden Fall, die mit Supercell immer schreiben irgendwas, wenn irgendein Account ist, die haben Zeit, Freunde. Die haben auf jeden Fall Zeit. Und ja, Freunde, wie gesagt, in diesem Video ist es anders, wenn ihr gegrüßt werden wollt, auf jeden Fall. Also in diesem Video müsst ihr keine Zahl oder Buchstabe finden, aber in den nächsten Videos werde ich das öfters machen. Das freut euch sicher. Und wie gesagt, nicht, weil einer Erste oder Zweite oder irgendwer schreibt, die Zahl dann nehmen, weil das verbreitet sich dann immer mehr. Ja, weil die es anderen nachkopieren. Und da seht ihr es, Freunde, die Zahlen habe ich jetzt genommen. Und wenn ich das Video mache und ihr seid in den Plätzen von diesen hier, werde ich euch im nächsten Video grüßen. Also kommt auf jeden Fall gerne in meinen Club, Freunde, wie gesagt, von meinem zweiten Account. Und ja, Leute, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dass mein Main-Account, Freunde, dass mein Main-Account wieder entsperrt wird. Aber Supercell hat es ja, ja, braucht ein bisschen. Ja, sie lassen sich auf jeden Fall Zeit. Ich werde mein Bestes geben, so früh wie möglich natürlich. Und das jetzt auf jeden Fall per Brawl Pass. Ja, dies, das. Also, Freunde, wie gesagt, in den nächsten Videos gibt es vielleicht wieder, dass ich wieder ein paar Grüße wegen Buchstaben oder Zahl, aber in diesem Video ist das wegen einem Club. Also, Freunde, wie gesagt, haut auf jeden Fall rein. Wir sind auf jeden Fall online und ja.